Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gestaltet man ein digitales Produkt mit optimaler User Experience und transportiert gleichzeitig die Kennwerte der eigenen Marke? Diese Frage umtreibt wohl viele, die in irgendeiner Form an der Entwicklung von Plattformen, Apps oder Software beteiligt sind oder diese in ihre Geschäftsmodelle integrieren wollen. Ein spannender Ansatz fokussiert hierbei genau die Schnittstelle zwischen User Experience Design und Markenidentität. Auf diese Weise werden Markenwerte für den Nutzer intuitiv erlebbar und können messbar zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Was es mit dieser sogenannten User Experience Identity genau auf sich hat, welche Rolle dabei mentale Codes und Neuromarketing spielen und über vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist geschäftsführende Gesellschafter und Director Design Strategy der Münchner User Experience Design Agentur COBI. Nach Abschluss seines Diploms in Produktdesign an der Bauhaus Universität Weimar arbeitet er für mehrere Jahre als Design-Stratege im Bereich Industriedesign bei Design Affairs, bevor er mit der Gründung von COBI zusammen mit drei Partnern im Jahre 2012 auf die digitale Seite wechselte. Bei COBI verantwortet er den Bereich Design-Strategie und trägt dafür Sorge, dass jedes gestaltete und entwickelte Produkt die Werte der dahinterstehenden Marke kommuniziert. Freut euch auf ein super spannendes und sympathisches Interview mit Felix Vandesand. Viel Spaß dabei! Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Freut mich total, dass wir heute über das Thema Marke sprechen und würde dich bitten, gleich am Anfang, dich vielleicht selbst nochmal kurz vorzustellen, wer bist du als Privatperson und was genau machst du heute beruflich? Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Ja, wer bin ich? Ich fange mal an ab dem Studium. Ich habe also Produktdesign studiert, noch klassisch Hands-on, Stühle basteln und so weiter. Im Projektstudium an der Bauhaus-Uni war auch alles ganz entspannt. Ich bin nach dem Studium dann relativ schnell hier in München gelandet. Bei Design Affairs ist eine der größten Agenturen für Produkt- und Interface-Design in Europa. Ich habe dort als Trainee angefangen mit einer eher konzeptlastigen Richtung. Ich bin dort aber relativ schnell, weil ich gemerkt habe, ich habe zwar Design studiert, aber ich bin eigentlich kein besonders guter Designer. Das können alle bestätigen, die mit mir studiert haben. Ich war eher immer so konzeptionell unterwegs, ein bisschen über Design nachdenken und schreiben und formal war ich einfach echt nicht gut. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt und bei Design Affairs hat man das auch gemerkt und die haben mich dann in die Design-Strategy-Abteilung dort gesteckt. Was bei denen hieß, die hatten das Dogma, ein Produkt muss die Sprache auch der Marke in sich tragen, wovon ich heute auch nach wie vor überzeugt bin. Also das hat mich sehr geprägt durch die Zeit und habe da eben mit daran gearbeitet, wie können wir eine Marke in eine Design-Sprache überführen. Das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da unter Christian Jurke gelernt, der heute auch seine eigene Agentur hat und Professor ist und das Thema da maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Ja, und dort habe ich dann aber auch meine drei jetzigen Mitgründer kennengelernt. Also ganz klassisch, man lernt sich in der Agentur kennen, denkt sich, wir können, ja, besser weiß ich gar nicht, aber vielleicht ein bisschen anders, weil Design Affairs, ich meine, ich komme aus dem Produktdesign, das sind meine Wurzeln, aber wir haben auch gesehen, digital, da geht doch einiges. Und wir haben dann gesagt, wir machen quasi Digital-Only, fokussieren uns auf das Thema User-Interface, User-Experience-Design und machen aber, oder ich habe dann überlegt mit den Jungs zusammen, diesen markengetriebenen Ansatz, den finden wir absolut richtig und es gibt dazu eigentlich gar keine große Alternative. Und ich hatte mich eben schon seit Längerem auch mit so Themen wie Neuromarketing, Neurowissenschaften, Verhaltensökonomie eher so hobbymäßig auseinandergesetzt, habe mich da eingelesen, habe gesagt, das kann man total gut nutzen, was es da alles gibt, um gute digitale Produkte zu bauen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir zu viert dann Kobe gegründet haben, die Creators of Beautiful Experiences. Da bin ich ganz froh, dass sich der Name durchgesetzt hat und nicht Pistols and Poets oder Bavarian Vikings. Wir waren jung und hatten tolle Ideen, wie so eine Agentur heißen muss. Also das ist jetzt noch halb seriös, was wir mit Creators of Beautiful Experiences da ausgedacht haben. Und dann bleibt auch hängen, Kobe assoziiert man mit höchster Qualität, ob es Kobe Bryant ist oder das Fleisch, das passt schon. Genau, und dann also zu viert gegründet bei einem Kumpel, der Geschäftsführer war, auch in einer Agentur hier in München. Die hatten noch ein Zimmer frei. Da saßen wir dann zu viert auf elf Quadratmetern im Sommer. Schön Männerumkleidenscharme. Hatten dann auch unseren ersten Azubi, also waren dann schnell zu fünf, weil einer meiner Mitgründer ist, darf ausbilden. Und da saßen wir so ein knappes halbes Jahr und seitdem ging es eigentlich steil bergauf. Und so bleibt es hoffentlich auch. Wir sind dann von hier anfangs, inzwischen sind wir fast 40 Leute innerhalb von fünfeinhalb Jahren, sechs Jahre im Sommer an zwei Standorten. In München und in Kroatien haben wir unsere Entwickler sitzen. Genau, aber dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Also privat bin ich eigentlich sonst, ja, habe mein Baby, die Agentur, habe dann noch ein echtes Baby dazu bekommen vor zwei Jahren. Ein Wunsch. Dankeschön. Eine Tochter, also was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt ist mein Lebensinhalt, die Balance zu schaffen aus der Agentur weiter am Laufen halten, so gut wie sie jetzt läuft und gleichzeitig aber auch Zeit mit meiner Frau und natürlich der Kleinen verbringen. Dann eben noch ein bisschen Sport machen, wenn es reinpasst, ein bisschen Zeit für mich selbst finden. Das ist gerade die größte Challenge. Ich weiß wahrscheinlich jeder, der einen eigenen Laden und eine Familie hat. Ja, absolut. Wie kriegst du das hin? Ich steige gleich mal bei der Balance ein, weil das ist ja gerade für Unternehmer oder auch Agenturinhaber, weiß ich ja selber von mir, immer so eine Challenge zu sagen, okay, wann ist Schluss? Da bin ich fleißig am Üben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man lernt, und da tue ich mich gar nicht so leicht mit, dass man lernt, Nein zu sein zu manchen Dingen. Natürlich möchte man immer gerne, wenn du in Münchner Standort sind, wir 20 Leute, und jeder möchte natürlich gerne deinen Rat oder deine Unterstützung für Dinge, die Kunden sowieso. Und da dann regelmäßig Nein zu sagen, nach Hause zu gehen, Handy abzuschalten, ist eh superschwer. Und dann einfach mal, wenn es auch nur ein, zwei Stunden sind, auf die Familie konzentrieren. Ja, also der Ursprung oder die Lösung für alles ist eigentlich Nein sagen und seine Zeit wirklich gezielt einteilen und dann aber auch die Zeit, die man entweder das eine oder das andere macht, auch bewusst das eine oder das andere macht und nicht nebenbei noch dann irgendwie Mails checken oder noch schnell einen Anruf machen oder irgendwie mit den Gedanken ganz woanders sein. Und dann, das ist aber eine große Herausforderung, dann wirklich bei der jeweiligen Sache dabei zu sein. Das hilft mir aber, und da bin ich schon bei der, bin ich wahrscheinlich der klassische New Economy Unternehmer oder Selbstoptimierer, da mache ich die alles, was gerade, was gerade en vogue ist, mit Meditation, Intermitteln, Fasten, Tagebuch schreiben, alles, was gerade so, was man sich gerade gegenseitig empfiehlt, aber definitiv zu Recht, also Meditation hilft mir total. Ich versuche das jeden Morgen 20 Minuten zu machen, schaffe ich nicht immer, aber das hilft mir total, den Monkey Mind, wie man das nennt, also die permanente Gedankenspirale zu allen möglichen Themen. Im schlimmsten Fall, wenn Stress ist, dann diese negative Spirale, die einfach zu öffnen, loszulassen und dann wirklich auch sich dann immer auf das, was gerade passiert, einzulassen, weil eigentlich alles andere gibt es ja nicht. Vergangenheit war, Zukunft kommt noch, es gibt ja eigentlich nur diesen Moment jetzt und wir verpassen ihn eigentlich ständig. Und da hilft natürlich die ganze Social-Media-Attacke auch nicht unbedingt. Das ist die große Herausforderung, glaube ich, dabei, also Nein sagen und versuchen wir zu produzieren. Was hast du heute für ein Pensum? Es geht eigentlich. In guten Wochen sind es 40, 40, 50, also unterschiedlich. Es sind natürlich auch mal 60, wenn ich viel unterwegs bin oder irgendwelche Konferenzen. Dann nehme ich mir dann aber auch, bleibe ich einen halben Tag zu Hause oder gehe am Freitag früher. Also das mache ich schon und also wenn es geht, ich meine, man kennt es, es gibt dann mal einen freien Slot im Kalender. Dann versuche ich den eben nicht noch mit irgendwas zu füllen, was noch in der To-Do-Liste steht, sondern dann um drei zu gehen, noch schnell in den Sport und dann auch nach Hause. Weil wenn die Akkus leer sind, dann kommt einfach nichts Gutes bei rum. Nimm uns doch mal kurz mit in so einen Tagesablauf von dir. Wie sieht das aus? Wann stehst du auf? Ist es immer der gleiche Tagesablauf? Also brauchst du auch Rituale und irgendwie so ein standardisiertes Ding, worüber du gar nicht nachdenken musst? Ich finde, ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass für mich Rituale und standardisierte Abläufe total wichtig sind. Man muss es dann nicht so übertreiben, also meines Erachtens nicht so übertreiben, wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg, die nur eine Klamotte im Schrank haben, 20 Mal, damit sie darauf keine kognitive Kapazität verwenden müssen und das für andere Sachen frei haben, nämlich wie ich meinen User möglichst viel Zeit raube. Also so schlimm ist es nicht, aber ich merke, ich habe mir jetzt auch meine Morgenroutine wirklich in den Kalender reingeschrieben. Ich stehe um sechs auf, dann habe ich 20 Minuten meditiert, dann mache ich mir einen Kaffee, schreibe mein Tagebuch, fünf Minuten, das reicht ja. Also ich probiere gerade tatsächlich Tagebuchschreiben aus. Ich habe das immer mal wieder angefangen und habe es aber auch dann nie wirklich gemacht. So von Hand? Ja, ich habe diese Day-One-App auf dem Rechner. Also von Hand wäre eigentlich besser, aber das Tippen geht einfach schneller, dann kann man auch schneller löschen. Ich habe ja nur fünf Minuten. Genau, also mache mir meinen Kaffee, schreibe mein Tagebuch, dann gibt es noch das Five-Minute-Journal, ist auch eine App, wo das eigentlich gut ist, da kann man reinschreiben, also für was bin ich dankbar. Also das ist Dankbarkeits-Mindset, drei Sachen, für die ich dankbar bin, dann drei Sachen, die ich gerne heute schaffen möchte und dann kannst du noch eine Affirmation reinschreiben, so hier, ich bin der beste Tagebuchschreiber unter der Sonne. Und dann schreibst du abends, gehst du nochmal rein und sagst, okay, was sind die drei Dinge, die mich heute wirklich glücklich gemacht haben. Und das ist ja alles auch, das klingt immer ein bisschen esoterisch für Leute, die das noch nicht machen, klar, Meditation und all das, aber ich habe jetzt gerade auch, ich lese gerade noch das Buch von einem, hat einen ziemlich komplizierten Namen, aber Search Inside Yourself heißt das Buch von so einem Asiaten, einer der ersten Engineers bei Google und der ist da so der Chief Achtsamkeits Officer so ungefähr und der beschreibt eben auch in dem Buch, dass es ist ja auch inzwischen wissenschaftlich bewiesen, was das alles mit unseren Bierchen macht, wenn wir ein Tagebuch schreiben, wenn wir meditieren, dass wir einfach lernen, dass es einfach zufriedener macht, weil wir lernen diese ganzen wilden Gedankenströme, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und die ja auch permanent gefordert werden von den ganzen Produkten und Kanälen, denen wir ausgesetzt sind, die wieder zur Ruhe zu bringen, eigentlich darum geht es ja, und wieder auch mal zu fühlen, wer man eigentlich ist und wie man ist, wie man sich fühlt. Genau, und dann wecke ich um sieben meine Tochter, das ist das Highlight, frühstücke mit der und bringe sie in die Krippe so um acht und dann fahre ich in die Arbeit und dann geht der Wahnsinn los, dann kommen die anderen Kinder, die ich bedrohte. Ja, genau, aber das macht einfach, also ich komme dann in die Arbeit und dann habe ich meine To-Do-Liste für den Tag, die ich dann versuche abzuarbeiten und mit meinen Terminen zu koordinieren, aber das macht mir einfach mega viel Spaß, weil wir haben so viele supertalentierte und gute Leute in der Arbeit, das macht einfach Spaß, mit denen jeden Tag abzuhängen schon fast, also mit denen, das fühlt sich oft gar nicht nach Arbeit an und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich irgendwie die Chance hatte, so ein Ökosystem auch selber aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle, mit lauter talentierten Leuten, wo jeder jeden Tag was voneinander lernt, wo es einfach Spaß macht, zusammen coole Dinge zu machen und das machen wir. Stark. Vielleicht können wir da noch ein paar Sätze verlieren, Kobi, zu deiner Agentur, gib uns doch mal so ein bisschen ein Gefühl, was ist der Spirit, der euch antreibt, ist es so eine Agentur, wie ich sie ja auch kenne, aus meiner Zeit in München oder habt ihr für euch so eine eigene Kultur entwickelt, die vielleicht natürlich auch durch die Leute mitgetragen wird, welche Auswirkungen hat vielleicht das Thema New Work, Thema Homeoffice und Co. bei euch? Wie arbeitet ihr? Also wir haben tatsächlich jetzt vor einem Jahr mal angefangen, aufzuschreiben, wie wir uns vorstellen, was unsere Glaubensgrundsätze sind für eine gute Zusammenarbeit. Das steht dann drin, dass man immer default to positivity and happiness, dass wir, wenn möglich, die extra Meile gehen, das heißt gar nicht irgendwie das Wochenende durchackern, sondern sich Gedanken machen, wie kann ich da noch zusammen sein mit den Mitarbeitern, aber auch natürlich für den Kunden. Ein kleines extra Gimmick, was irgendwie dann die Gedanken wieder anregt und denjenigen glücklich macht. Da steht drin, dass man versucht, andere ihr Gesicht wahren zu lassen, also nicht andere schlecht darstehen zu lassen. Also insgesamt sind es so 13 Regeln, die unsere Kultur definieren. Da haben wir uns auch was, ich meine, von Netflix hat sowas auch. 32 Signals heißen die, glaube ich, die Basecamp-Gründer haben auch ein riesen Kulturmanifest. Es gibt ja einige gute Ideen schon daraus. Nach denen versuchen wir uns zu richten und das ist aber auch, das Wichtigste ist natürlich, dass man das auch vorlebt. Und ich glaube, so ein Spirit entsteht einfach durch die Leute. Ich meine, am Anfang stellst du die Leute aus dem Bauch heraus ein. Das versuchen wir auch gerade ein bisschen zu professionalisieren. Aber man hat schon ein Gefühl dafür, wer so zusammenpasst. Und im Moment ist es einfach, bei einer Größe von 20 Leuten ist es noch relativ einfach, sage ich mal, eine Gruppe zusammenzustellen, die auf der einen Seite sehr talentiert sind, auf der anderen Seite aber auch menschlich zusammenfassen. Und wir haben einfach so ein, glaube ich, so ist einfach so ein Drive entstanden und so eine Kultur entstanden, auch eigentlich aus den Leuten selbst heraus, in der jeder jeden Tag versucht, den ganzen Scheiß rauszuhauen sozusagen. Und da haben wir auch das Glück, dass wir da auch die Kunden für haben und die Projekte für haben, wo wir das machen können. Also wir arbeiten für Vodafone zum Beispiel an der Software, die auf den TV-Boxen läuft. Die ist dann in, weiß ich nicht, drei Millionen Haushalten, glaube ich, in Deutschland. Läuft die dann? Da kann jeder sagen, hey, da habe ich dran mitgearbeitet. Wir arbeiten mit BMW dran. Wie sieht die User Experience beim autonomen Fahren in Zukunft aus? Wir arbeiten mit Bosch-Demens-Hausgeräte an so Themen wie, was passiert in der Küche in Zukunft? Wie gehen wir mit dem Thema Kochen um? Was ist das, was für ein Ökosystem wird da entstehen? Und also lauter spannende Themen, wo wir wirklich auch die mitgestalten, wie wir in Zukunft mit Produkten umgehen. Und das ist eben super spannend. Ja, und dann feiern wir natürlich regelmäßig so hart, wie es geht. Wir fahren eine Woche lang nach Kroatien runter und nehmen schon auf der Hinfahrt den Bus auseinander. Also wir haben auch eine ganz gute Feierkultur. Und es hilft natürlich, dass wir auch noch, wir haben ja neben der Agentur, eigentlich schon ein Jahr nach Agenturgründung, relativ flott, haben wir gesagt, wir haben ja alles an Bord an Ressourcen, wir können noch ein eigenes Produkt bauen. Damals waren wir noch vier, fünf Jungs, aber natürlich musste es ein Fußballmanager sein, eine Fußballmanager-App, weil wir haben alle ein Communio gespielt. Das ist so der Platzhirsch in Deutschland, den gibt es schon ewig. Wir haben gesehen, dieses Fantasy-Sports-Modell in den USA funktioniert sehr, sehr gut und haben dann hier unsere eigene Fußballmanager-App an den Start gebracht, inzwischen mit Sky gepartnert, eigenes Unternehmen mit Investments drin und Bundesliga-Lizenz und allem drum und dran. Also es läuft richtig gut und da haben wir auch ein super gutes Team mit einer riesen Community hinten dran und das befruchtet sich so gegenseitig und so haben wir eigentlich so ein Setup, was jeden Tag super viel Spaß macht und da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, ist auch schön, mal so das eigene Projekt, also nicht immer nur für den Kunden irgendwas zu entwickeln, was irgendwie aus einem Briefing entsteht, sondern einfach mal zu sagen, hey, darauf haben wir Lust und wir entwickeln das. Genau und das große Glück ist eben, dass wir alle Ressourcen an Bord haben, um das auch machen zu können. Ja, 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 ja. Sehr schön. Genau darüber wollen wir jetzt noch unbedingt sprechen, also darauf habe ich mich besonders gefreut, um mit dir mal über das Thema Design zu sprechen und über das Thema Marke. Jetzt hast du schon so ein paar Begriffe gesagt, Thema Neuromarketing oder auch Verhaltensökonomie und dergleichen. Du hast einen tollen Satz gesagt, die Sprache der Marke, natürlich auch in der Designsprache zu überführen. Was bedeutet für dich Marke und wie wichtig ist vielleicht auch das Thema Marke oder wie eng hängt das Thema Marke auch am Menschen? Ja, also Marke ist allgegenwärtig und nichts geht ohne Marke. Also Marke im Sinne auch von Image. Jeder Mensch hat ein Selbstbild, jeder Mensch hat ein Bild, das er nach außen abgibt. Das ist auch nicht immer deckungsgleich beides. Also und wir sagen immer, sobald man mit einem Produkt an sich in einen Markt begibt oder im ersten Schritt erstmal mit einem Unternehmen sich in einen Markt begibt und dort anfängt zu interagieren mit Kunden über Werbekanäle, Marketingkanäle, was auch immer. Ab dem Zeitpunkt habe ich ein Bild am Markt und dieses Bild, dieses Image ist meine Marke. Das ist das, was die Leute von mir wahrnehmen. So, und das kann ich jetzt mit viel Geld entweder gezielt formen oder ich lasse es und dann formt sich das aber eben automatisch durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte in den Köpfen der Menschen. Und dafür ist ja Branding und Marketing da, um diese Geschichte, die da erzählt wird über mein Unternehmen und warum mein Unternehmen mit seinen Produkten eben die richtige Wahl ist und nicht die Konkurrenz oder andere Produkte, um diese Geschichte zu erzählen. Dafür ist Marketing da und deswegen sind Marken so wichtig, um da überhaupt relevant zu sein. Und wir haben eben gesagt, okay, wenn jetzt Unternehmen so viel Geld investieren in ihre Marken, in die Kommunikation ihrer Marken auf all ihren Kanälen, dann müssen wir doch auch gucken, dass die Produkte dieses Unternehmens und das sind immerhin die Touchpoints, mit denen nachher die Kunden am häufigsten interagieren. Nehmen wir das Beispiel Banking-App. Ich erzähle auf all meinen Kanälen, ich bin die richtige Bank für dich, ich habe super Konditionen oder ich bin eine Premium-Bank und wir sind genau die richtigen Partner für deine Ansprüche. Dann muss ich diese Geschichte, die ich auf all meinen Kanälen erzähle, doch auch in meine Banking-App reinbacken. Das muss sich doch dann genauso anfühlen. Eigentlich gibt es dazu keine Alternative, die digitalen Produkte meines Unternehmens, die sich auch in einem Markt befinden und auch eine Geschichte erzählen durch die Art und Weise, wie sie gestaltet sind. Das deckungsgleich zu machen mit der Marke. Und das ist das, was wir bei Corby machen. Beobachtest du tatsächlich ein Bewusstsein für Marke? Ich frage deshalb, weil was ich beobachtet habe, so in meiner Zeit, wo wir Marken entwickelt haben, Dinge präsentiert haben dem Kunden. Niemand kommt auf die Idee, einem Heizungsbauer zu sagen, wo die Heizung undicht ist, du, so ein 90-Grad-Winkelrohr finde ich jetzt nicht schön, können wir einen 45-Grad-Winkel machen. Aber zum Thema Design hat ja jeder eine Meinung. Und das, was du da auch sagst, ist, Design ist ja auch eine gewisse Messbarkeit. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass sich Designer zurückziehen, einen Laborkittel anziehen und wirklich forschen um die, ja, weiß nicht, ob es immer die richtige Form ist, aber um überhaupt eine Form zu finden, eine formale und inhaltliche Form der Marke zu bauen und zu entwickeln. Das ist ja nicht, ja, man kennt es vielleicht schon, wenn man sagt, okay, man geht mit seiner Logo-Entwicklung zu einer Werbeagentur, kriegt 15 Vorschläge und muss dann eins aussuchen. Das gibt es natürlich auch. Aber mal jetzt auf hohem Level, auf hohem Marken-Entwicklungs-Level heißt es ja, die Entwickler, die Designer kommen mit einer Essenz um die Ecke, mit einem Destillat und sagen, und das ist es. Also meine Frage nochmal, warum oder warum glauben so viele Menschen zu sagen, okay, hier kann ich mitreden. Das ist natürlich auch immer ein Gefühl, Design, Gestaltung. Jeder ist irgendwie in seinem Geiste schöpferisch. Aber was genau, legt ihr an Maßstäben an, wo du sagst, hey, das ist belegbar, warum das genau so aussieht? Also genau das ist das Problem. Zu Design hat jeder eine Meinung, weil jeder denkt, er hat, oder die meisten denken, sie haben einen guten Geschmack oder jeder hat einen Geschmack. Und den projizieren sie dann in so ein Ergebnis rein und dann, das ist uns ja auch schon passiert, wir waren in einer Vorstandspräsentation, haben da ein Produkt präsentiert und dann sagt er an, ja, ich habe das mal meiner Frau gezeigt. Ja, der Klassiker. Das ist der Moment, wo der Designer weinend sein Leiter fließt, langsam raus. Nee, aber ja, also von wegen, ja, meine Frau, die hat superschöne Weihnachtskarten gemacht, die haben, die haben auch allen gut gefallen, die hat richtig ein Bespür für Design und die hat gesagt, wir müssen das so und so machen. Und dann stehst du natürlich da. Also zu Design hat jeder eine Meinung. Es gibt Leute, die fahren ein Fiat Multipla und die finden den auch schön. Es gibt Leute, die finden andere Dinge schön. Und genau, das ist genau der Ursprung allen Übels unseres Erachtens im Designprozess. Weil du hast am Ende, endest du immer bei Geschmacksdiskussionen und die sind nicht auflösbar. Du kannst nicht jemandem sagen, pass mal auf, danke für dein Feedback, aber ja, du bist hier in deinem Multipla angefahren, und lass uns bitte nicht über Design reden. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese Geschmacksdiskussion irgendwie ausmerzen und das passt eigentlich ganz gut dazu, dass wir eben unsere Methode gewählt haben, eine Designsprache aus der Marke abzuleiten. Und ich meine, wir haben darüber ein Fachbuch auch rausgebracht, wo das genau beschrieben ist, wie das funktioniert. Aber ich habe immer Schwierigkeiten, das in drei Sätze zu fangen. Aber am Ende geht es darum, dass jedes Element eines Produktes, also ob der Button jetzt eckige oder runde Kanten hat, ob da viel Weißraum benutzt wird, welche Farbwelt ich wähle, wie eine Animation, also eine Transition gestaltet ist, ob die sich schnell bewegt und so ein bisschen nachwirft, weil sie total unter Spannung steht, oder ob die nächste Seite reingefahren kommt, ganz langsam wie so eine Tresortür und einrastet. Jedes einzelne Element, ob es Bewegung ist, Typografie, Farbwelt, Komposition, alles löst ein sogenanntes mentales Konzept aus. Also das sind Signale, die etwas kodieren, was wir ganz unterbewusst lesen. Also natürlich eine schnelle Transition, die so unter Spannung steht und nachwirft, damit assoziieren wir Dynamik, Progressivität, Fortschritt. Und wenn das ein Teil der Marke ist, dann haben wir die richtige Transition gewählt. Wenn ich aber eine Bank bin und sage, wir sind sicher, transparent und auch noch empathisch, weil wir mit ihr auf Augenhöhe sind, dann wählen wir vielleicht einen Übergang, der sich dieser Tresortürmetapher bedient. Ein weiteres Beispiel, ein superschönes Beispiel dafür ist das Deutsche Bank Logo. Du hast diese aufsteigende Linie, was in unserer westlichen Welt Fortschritt bedeutet, von links unten nach rechts oben. Aktienkurse, die hoch, das ist fortschrittlich. Also sie haben Fortschritt und dann den sicheren Rahmen drumherum. Also es ist Wachstum im sicheren Rahmen. Ist das Logo der Deutsche Bank, ist genial, nach wie vor. Da sprechen wir von, da macht sich keiner richtig bewusst drüber Gedanken, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt schon. Aber das sind eben mentale Konzepte, die in jedem Pixel eigentlich drinstecken, jetzt mal auf digitale Produkte schon gesprochen. Und so können wir im Prinzip jedes einzelne Gestaltungselement, ob wir einen Button eben mit kantigen Ecken gemacht haben, weil er Präzision und Qualität darstellen soll, oder ob wir ihn schön in einem langen Loch abgerundet gemacht haben, mit einer pastelligen Farbgebung, weil es eben eher weich, menschlich und empathisch wirkt. Wir können also jedes Gestaltungselement tatsächlich aus einem Markenwert heraus argumentieren. Das ist in drei Sätzen, wie wir das machen. Vielleicht nochmal ein Vergleich zu den mentalen Konzepten. Das sind einfach Dinge, die wir gelernt haben in unserer Kultur. Man spricht da vom Erfahrungswissen. Zum Beispiel können wir Erhabenheit dadurch kodieren, wenn wir Dinge höher darstellen als andere. Weil wir haben das einfach gelernt. Damit arbeiten wir auch. Der Erste ist immer ganz oben. Die Könige haben sich früher auf den Thron gesetzt, erhaben vom Volk sozusagen. Und ganz interessant auch das Beispiel, wie kann ich Exklusivität oder mit Premium-Positionierung zum Beispiel kodieren? Wenn wir uns mal die Premium-Marken anschauen, die arbeiten immer mit sehr, sehr viel Weißraum um ihr Markenlogo drumherum. Wenn ich nicht gerade Louis Vuitton bin und alles zu pflastere mit meinem Logo, ist es bei den Marken im Premium-Segment in der Regel so, dass die mit viel Weißraum arbeiten. Ist auch bei Apple so. Apple ist ein Premium-Produkt für hippe junge Leute. Also eine der wenigen Marken, die das irgendwie zusammenkriegen. Ich bin jung, frisch, rebellisch eigentlich sogar und trotzdem Premium und mein Laptop kostet 3000 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Stretch, den die hinbekommen. Aber jetzt nochmal im Sinne von mentalen Konzepten. Wenn wir uns die Apple-Produkte anschauen, um das Apple-Logo drumherum, ist immer möglichst viel physische Distanz. Also dem Logo kommt nichts zu nahe. Die machen das sogar in den Apple-Stores. Wenn ich da reingehe und wenn ich mal überlege, wie haben die dann ihre ganzen MacBooks positioniert, da sind auf, weiß ich nicht, sechs, acht Quadratmetern stehen vielleicht vier oder sechs MacBooks. In einem Mediamarkt werde ich dafür gefeuert. Da ist Absatz, da müssen auf die kleinste Fläche maximal viele Produkte, um die abzuverkaufen. Apple sagt aber, lass mal möglichst viel Weißraum, physische Distanz um meine Produkte, um mein Markenlogo. Auch sogar, wenn ich auf apple.com surfe, da ist mal ein MacBook, da sind mal drei iPhones. Ansonsten nur Weißraum. Da steht gerade noch oben, was das ist und ein teurer Claim. Ansonsten ist da nur Weißraum. Also an allen Touchpoints mit der Marke Apple habe ich dieses Phänomen, um die Produkte, um das Markenlogo, ist sehr, sehr viel physische Distanz. Wir haben einfach gelernt, mit physischer Distanz auch emotionale Distanz zu kodieren. Zum Beispiel, wenn sich zwei, wir sehen das auch ganz viel in unserer Sprache, wenn sich zwei Leute, wir sagen ja, zwei Leute stehen sich nah. Also wir nutzen das Konzept der physischen Distanz, um eine emotionale Distanz auch zu beschreiben. In dem Fall aber eine emotionale Nähe und eine physische Nähe. Wir stehen uns nah, heißt ja nicht, dass wir Tag und Nacht nebeneinander stehen. Wir nutzen nur dieses Konzept der physischen Distanz, um eine physische Nähe in dem Fall, um eine emotionale Nähe zu beschreiben. Und ähnlich ist es mit, er hat einen scharfen Verstand. Das heißt ja nicht, dass er mit seiner Gedankenmacht Schinken schneidet, sondern wir benutzen diese physische Eigenschaft der Schärfe, dass er also etwas klar trennen kann, um auch diese emotionale, geistige Schärfe zu beschreiben. Und so ist es eben auch mit Distanz. Wir haben gelernt, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt oder eben einem Markenlogo und der Umwelt möglichst viel Distanz ist, dann ist dieses Subjekt oder Objekt in dem Moment exklusiv. Es distanziert sich, es schließt sich aus, es bekommt die Aufmerksamkeit. Zum Beispiel so ein Sprecher im Bundestag, der hat zwischen sich, wo er da am Podium steht, und den Zuhörern ist immer eine gewisse physische Distanz. Die Könige haben das genauso gemacht. Die haben sich erhabengestellt und zwischen sich und dem Volk immer möglichst viel Distanz gelassen. Der Papst macht das auch, steht oben auf seinem Balkon, ganz weit oben, der ist ja schon fast mehr am Himmel als am Volk und hat zwischen sich und den Leuten da unten möglichst viel physische Distanz. Wir haben also gelernt, physische Distanz heißt auch emotionale Distanz und in dem Fall das mentale Konzept von Abgrenzung, Exklusivität, was wiederum Premium ist. Also long story short, dass ich viel Weißraum um ein Markenlogo, um ein Button, um ein Produkt, dann assoziieren wir damit, okay, das ist was Besonderes. Und das ist nur ein Beispiel für mentale Konzepte, wie ich tatsächlich durch die Art und Weise, wie ich gestalte, arrangiere, Markenwerte kodieren kann. Vielleicht, weil das passt super. Ich habe immer einen Spruch, den ich mir zu meinen Klienten nehme, und zwar ist das, du musst den Weißraum beherrschen. Und das deckt sich ja genau mit dem, was du gerade sagst. Das Beherrschen heißt eben auch, dass ich irgendwie mir den Raum gebe, als König in deinem Beispiel oder Papst. Und das hier auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die unsere Hörer gut ausprobieren können, mal so ihre eigene Website oder ihren eigenen Auftritt mal anzuschauen. Oftmals hat man ja so das Verlangen, zu sagen, hier ist noch Platz, hier können wir noch was hinsetzen. Also, dass man es kaum aushält, dass auf einem weißen Blatt Papier lediglich ein Logo obendrauf ist oder auch die Visitenkartenfrage. Warum muss das eine Klappkarte sein? Wie viele Informationen müssen auf eine Visitenkarte? Ja, es kommt immer darauf an, da würde ich wieder immer von der Marke ausgehen oder von meiner eigenen Geschichte, wenn es mal eine Visitenkarte ist. Was will ich denn, dass die Leute unterbewusst jetzt daraus lesen, wie ich das Produkt gestaltet habe? Das kann ja auch, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich Rennfahrer bin, kann das alles total dynamisch mit asymmetrisch schneidenden Linien, mit Dingen, die eben Dynamik kodieren, mit Bewegungsunschärfe arbeiten, all solche Dinge, kann ich eine Visitenkarte auch vollkleistern mit Dingen. Also, solange da aus Sicht der Marke die richtige Geschichte drinsteckt, wenn ich mit viel Weißraum arbeite, bin ich relativ schnell, also das kommt einfach von dieser Distanzassoziation, bin ich relativ schnell in einem Bereich, wo es um Exklusivität, Premium Positionierung geht. Aber das ist eben die Geschichte. Man sollte sich immer, bevor man etwas gestaltet, darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich die Geschichte, die ich da erzählen möchte, durch die Art und Weise, wie ich gestalte. Und das muss die Geschichte des Absenders sein, damit das zusammenpasst. Das ist auch, glaube ich, super wichtig. Wir sind ja ganz schnell bei dem Thema Reduktion, in dem ich wirklich mich konzentriere und den Dingen, den Produkten, Logo und so weiter Raum gebe. Und wenn man mal anschaut, Premium-Marken Apple, Porsche, Design und so weiter, die leben ja tatsächlich die Reduktion, um zu fokussieren, um zu sagen, es geht jetzt um genau diese Botschaft, diese Headline, dieses Produkt. Ganz genau. Ja. Was ich auch sehr schön fand, wir waren vorhin auch bei digitalen Produkten. Das ist ja euer Kernbusiness. Bevor du vielleicht nochmal so ein bisschen ausholst und erklärst, was überhaupt digitale Produkte sind, fand ich einfach noch schön, diese digitale Haptik nenne ich das immer. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass ich quasi auf einem User Interface, auf einem Handy oder was auch immer, das Gefühl habe, durch eine visuelle Darstellung oder durch das Zurückspringen von Button oder diese Spannung, die du beschrieben hast, dass ich das auch extrem wichtig finde, dass das eine Anlehnung an die Marke bekommt. Fand ich eine super coole Geschichte. Absolut. Ein weiteres Beispiel, da greife ich jetzt ein bisschen vor, an einem Projekt, wo wir gerade daran arbeiten. Da geht es eben darum, eine gewisse organische Assoziation in ein Finanzprodukt zu bringen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Klingt ein bisschen wild, aber wir haben dann eben tatsächlich in der App, arbeiten wir mit organischen Formen, die sich auch verändern und bewegen, geben dem Ganzen ein bisschen Neues, nennt man das ja in der Fachsprache, also dass sie ein bisschen grobkörnig gestaltet sind, die Flächen, die dann so ein bisschen organisch sind. Und so versuchen wir, oder so schaffen wir es tatsächlich, eine Assoziation zu der Geschichte hinter diesem Finanzprodukt sicherzustellen, sicherzustellen, dass eben es ist ein Finanzprodukt, das angelehnt ist an so eine Gartenmetapher. Kommt jetzt im Herbst irgendwann raus. Genau, aber das ist tatsächlich etwas, was vielen Produkten heutzutage fehlt. Die sind alle super clean, super simplicity, aber irgendwie fehlt denen so ein bisschen Leben, Haptik, dass sich das wieder nach was anfühlt. Und das sehen wir ja, dass die Leute inzwischen wieder dahin zurückgehen. Die wollen wieder Dinge anfassen. Also die Produktdesigner werden wieder mehr gefragt. Die Interfaces, also die Black Mirrors, die Bildschirme gehen wieder zurück. Es geht wieder in echten Produkten auf, die sich schön anfühlen, die unterschiedliche Materialien haben. Also es ist ja ganz spannend, was da gerade passiert. Um auf deine erste Frage zu kommen, was ist User Experience, meintest du, ne? Ja. Genau, ich meine User Experience bezieht sich, ich weiß zum Beispiel bei Bosch ist User Experience, wie gehen die Leute mit den haptischen Produkten um. Also User Experience ist alles, du bist ein User, sobald du etwa ein Produkt nutzt, sobald du damit deine Umwelt manipulierst, wie man das nennt. Und sobald du, das kann ein physisches Produkt sein, das kann ein digitales Produkt sein. In der Regel wird es in Zukunft gemischt sein, also ein connected physisches Produkt mit Voice UI. Da muss, wie gesagt, gar kein, ich unbedingt mehr ein Screen haben. Aber sobald ich mit einem Produkt interagiere, habe ich eine User Experience. Und die kann man eben, muss man bewusst aus der Marke heraus ableiten. Und das ist eben für uns total spannend. Das ist so, da wo wir, Entschuldigung, da wo wir hinsteuern, wo wir unsere Zukunft auch sehen, jetzt mit Internet of Things, Digitalisierung, alles ist connected. Der Kühlschrank fängt an, mit mir zu interagieren, zu sprechen. Ich habe eine User Experience mit meinem Kühlschrank. Wer hätte das gedacht? Und das, wie sich die Produkte in Zukunft mir gegenüber verhalten, wie die mit mir interagieren, das aus der Marke heraus zu beschreiben, das finden wir extrem spannend. Mein Beispiel dazu ist, wenn ich mir einen Kühlschrank von Bosch kaufe, Bosch, German Engineering, Trust, also dann habe ich diesen Kühlschrank ja in der Regel auf Basis einer Markenpräferenz gekauft. Der ist ja nicht, die unterscheiden sich, also bei Kühlschränken ist das beste Beispiel, die unterscheiden sich ja wirklich überhaupt nicht. Da haben vielleicht ein, zwei Features, die sich unterscheiden. Aber ich kaufe mir einen Bosch-Kühlschrank und der Bosch-Kühlschrank fängt an, mit mir zu reden oder mir Push-Nachrichten zu schicken. Dann erwarte ich auch, dass sich dieser Kühlschrank so verhält, wie ich das von der Marke Bosch erwarte. Also der darf dann ruhig ein bisschen akademisch sein, der darf mir auch mal sagen, hey Felix, du hast morgen einen Vortrag, heute ist das Bierkomponenten gesperrt oder wie auch immer. Dann sage ich, danke, vielleicht eine Beschwerde, ich bin schon ausgezogen aus dem Elternhaus, wie auch immer. Aber das würde ich einem Bosch-Kühlschrank vielleicht sogar zutrauen, dass er meinen Kalender kennt und dann eben etwas akademisch mir gegenüber und auch etwas zum Oberlehrer zu mir sagt, pass auf, ich empfehle dir jetzt die und die Ernährungsweise heute, weil morgen ist das und das. Kaufe ich mir ein Nest-Thermostat, das ist eine ganz andere Story. Ein Nest-Thermostat, das ist ja dieses schön gestaltete, etwas weiche, sehr farbige UI und von der Positionierung her ist das eher so mein netter amerikanischer Austauschstudent, der bei mir in der WG lebt und mir eine Nachricht aufs Handy schickt, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, hey, du bist ja auf dem Heimweg, die sehe ich gerade, ich fahre dir schon mal die Heizung hoch, damit wir es nachher schön warm haben, wenn du dann einen Film anschauen willst, den du dir vorhin bei Netflix gekauft hast. Und die Tonalität der Dinge, der Charakter der Dinge, wie die sind, wie die mit mir interagieren, das wird ja in Zukunft total spannend, weil die eben einen eigenen Charakter bekommen, dadurch, dass sie connected sind und wissen, was ich tue und das aus einer Marke heraus abzuleiten, finde ich super spannend. Das sieht man ja auch im Silicon Valley, die haben Dramatur, Registöre, Drehbuchautoren, haben da Hochkonjunktur, weil die Leute sagen, wir haben jetzt hier diese ganzen Geräte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn damit, wie reden die denn? Und wir sehen ja auch schon, dass eine Alexa, oder die ganzen Voice-Assistems, wie die aktuell aufgesetzt sind, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die schon unsere Kinder verhunzen, weil die, wie unsere Kinder kommunizieren, weil die sagen einfach, Alexa, mach Licht, kein Bitte, danke, Alexa gibt auch nie Widerrede. Die machen nur noch kurze Ansagen und so fangen die dann auch an, untereinander zu sprechen. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wir haben den Versuchen, denen beizubringen, nach gewissen gesellschaftlichen Normen zu interagieren und höflich zu sein und dann Alexa macht einfach alles, was man sagt, ohne Widerrede. Und wenn man sie beschimpft, dann ist sie einfach still, anstatt sich zu wehren. Oder sagt, oh, das fand ich jetzt nicht so schön. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du die Verbindung schaffst, gerade, und auch nochmal das Bewusstsein dahingehend schärfst, sich immer wieder klarzumachen, dass die Interaktion Marke Mensch einen ganz extremen Bezug oder eine ganz extreme Connection einfach herstellt. Also ich habe jetzt zum Beispiel an mein Auto denken müssen. Das ist ein Range Rover. Da denkst du eigentlich, okay, technologisch müsste das irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen sein. Aber das Navigation oder das gesamte User Interface von diesem Auto kannst du komplett wegschmeißen. Also das fängt schon an mit, du drückst auf den Knopf und eine Sekunde später hast du die Reaktion, ja, ich weiß nicht, was sie da reingebaut haben. Und das Interessante ist, dass ich jetzt quasi, wenn mein Leasing ausläuft, mir dreimal überlegen werde, ob ich mir nochmal so ein Auto vor die Tür stelle. Und dass das, die Kaufentscheidung, maßgeblich mit beeinflussen, welches Erlebnis du mit dem Produkt der Company hast. das, weil ich habe deshalb irgendwie diese Gedankenschleife gerade, weil ich hatte mal ein Erlebnis mit einem Klienten, der gesagt hat, du mach einfach, es ist wurscht, wie das aussieht. Es ist mir völlig egal, wie die Marke wirkt nach außen. Ich brauche jetzt eine Website oder eine App oder was auch immer oder eine Plattform. Aber sich da wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, die Leute, und das sind am Ende des Tages Menschen, die Zeit mit dir als Marke, mit deinem Tool, mit deiner Plattform, mit deiner App verbringen und die werden darüber entscheiden, ob sie es a, weiter nutzen und b, jemandem davon erzählen werden. Absolut. Und jetzt überleg mal, dass in Zukunft du nicht mal mehr selber fahren musst, sondern wenn du in deinem Auto sitzt und vielleicht deinen Videocall machst oder den Yoga-Modus einlegst, wie auch immer, dann ist nur noch die User Experience im Auto und mit dem Ökosystem drumherum der maßgebliche Treiber für deine Kaufentscheidung und nicht mehr, ob das besonders tolle Straßenlage hat oder ob das besonders fancy gestaltet ist von außen. Wenn du das wahrscheinlich ja nicht mal mehr besitzt nachher das Auto, sondern nur noch on demand liest oder wie auch immer monatlich. Der Unterschied. Und da ist die Frage zum Beispiel, was du in einem Auto benutzt. Ist es der riesengroße, geile Bildschirm im Tesla oder das Lenkrad? Also ist das Lenkrad, Leder, wichtiger als eine Oberfläche oder jetzt, was ich auch sehr schön finde, ist, was du darstellst, die Emotionen, die davon ausgeht. Du steigst in ein Auto ein und das Auto fragt dich, darf ich deine Spotify-Playlist abspielen? Wo du dann einfach so einen emotionalen Sprung innerlich machst und Gänsehaut bekommst und sagst, natürlich, wie geil ist das? Danke, dass du mir denkst. Ich meine, wahrscheinlich weißt das Auto sogar, du bist jetzt auf dem Weg zu arbeiten, hörst ja am liebsten den Markenrebell-Podcast und der läuft dann schon oder fängt dann an zu laufen, wenn du einsteigst. Genau. Aber genau wie du sagst, also wir sagen, ein digitales Produkt, also User Experience ist nichts anderes als Brand Experience und Nutzer denken nicht, denken nicht in Touchpoints, die denken nicht, ah, die Kundenhautlein war jetzt richtig kacke, aber der TV-Sport war geil, deswegen mag ich die Marke immer noch, wenn ich an irgendeinem Touchpoint oder die App ist, die App ist eine Katastrophe, aber die Plakate haben mich wirklich angesprochen. Das gibt es nicht. Also alles ist Brand Experience und die Einzelteile setzen sich im Kopf des Nutzers zusammen, deswegen ist ja jetzt Custom Experience so ein Riesenthema, dass ich jeden Touchpoint bis ins Ende durchdenke und orchestriere, dass das alles immer passt und ich den Nutzer immer richtig anspreche und immer abhole. Und wir sagen, deine digitalen Produkte sind eigentlich einer der wichtigsten Touchpoints. Da muss der Nutzer die Marke erleben, weil User Experience ist ein, genau wie du es gerade beschrieben hast, ist ein extrem wichtiger Faktor für oder gegen eine Kaufentscheidung oder Nutzungsentscheidung. Und dazu kommt, du hast es gerade angerissen, wenn ich den Kunden an einem Touchpoint verliere, dann habe ich einfach noch ein paar andere Mitwettbewerber, die das an dieser Stelle besonders gut machen und die Abwanderungsquote ist natürlich immens. Ja, und die Leute haben nicht mehr so eine starke Markenbindung heute. Die switchen von Audi zu BMW, das ist denen total egal, solange einer der beiden ihre Bedürfnisse besser befriedigt als der andere. Da ist dieses Commitment, ich koche nur mit Maggi oder wie auch immer oder ich nutze nur Persil, das wird immer schwächer. Ja. Felix, jetzt will ich natürlich auch wissen, was du in deiner Glaskugel so siehst. Wo entwickelt sich das Ganze hin in einer digitalen Welt, in der wir jetzt leben, mit veränderten Kommunikationsformen oder wie wir miteinander interagieren, mit der Reizüberflutung an Informationen, die uns tagtäglich ereilen, wo uns dann, wie du ja eingangs gesagt hast, auch so ritualisierte Tagesabläufe in gewissen sicheren Rahmen geben können. Aber was glaubst du, wird jetzt gerade auch für Unternehmen oder auch auf uns Menschen in Zukunft mit der Digitalisierung zukommen? Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es dystopisch oder utopisch sehe. Aber mit dem, was ich jeden Tag tue, bin ich geneigt, das Ganze auch positiv, die ganze Entwicklung zu sehen. Natürlich haben wir im Moment, wir überfressen uns gerade an Informationen. Aber es war schon immer in der Geschichte so, alles, was erstmal in Übermaß da war, wird erstmal übermäßig konsumiert. Ob es Fleisch war in der Nachkriegszeit, jetzt können die Chinesen das erste Mal Auto fahren, was machen sie? Jeder kauft sich ein Auto, auch wenn er es nicht braucht. Alles, was erstmal im Überfluss und neu da ist, wird erstmal fast missbraucht. So ist es gerade mit Informationen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, mit dieser Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einströmt, klar zu kommen. Die zu kanalisieren, die größtenteils zu ignorieren. Und es gibt ja Bewegungen, die sich da formen. Es gibt ein paar Aussteiger im Silicon Valley, der früher den Like-Button erfunden hat. Der Sean Parker, der am Anfang bei Facebook investiert hat. Die sagen alle, ey Leute, wir haben ein Monster geschaffen mit Social Media. Das, was wir da machen, macht unsere Kinder kaputt, macht unsere Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung kaputt. Und das macht uns selbst kaputt. Und dass Social Media Missbrauch depressiv macht, ist auch alles erwiesen. Wir müssen jetzt erstmal lernen, damit umzugehen. Aber die Bewegung weg von den Screen Interfaces, die ja gerade passiert mit Internet of Things, ist, glaube ich, etwas, was da helfen wird. Und die Leute werden jetzt auch nach und nach verstehen, okay, meine Aufmerksamkeit ist keine unendliche Ressource. Ich muss damit lernen, umzugehen und die auch wirklich richtig zu kanalisieren. Und ich meine, dass jetzt die Leute anfangen zu meditieren und das alles umachtsamkeit und alles bewusster zu machen, ist ja nur eine Reaktion darauf, dass man sich einfach nur ausgeliefert fühlt und verloren fühlt. Und ich denke, da geht es schon hin, dass die Dinge werden smarter, die Dinge werden wieder anfassbar. Die Dinge helfen uns vielleicht auch miteinander besser umzugehen. Die Dinge werden uns helfen, unseren Alltag, unser Leben besser zu organisieren. Es wird überall ganz viele kleine Smart Assistants geben. Das klingt erstmal total spooky, aber es wird unser Leben viel einfacher machen, dass wir uns am Ende, dass wir die ganzen kleinen unangenehmen Aufgaben können wir eigentlich an virtuelle oder an Assistenten abgeben und wir können uns tatsächlich wieder darauf konzentrieren, auf die Dinge, die wir gerne machen wollen, nämlich das Leben und vielleicht sogar etwas arbeiten, was uns erfüllt. Da kann man dann nachher noch über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und so weiter. Aber das würde, glaube ich, jetzt heute zu weit führen. Aber ich bin da schon noch eher utopisch unterwegs, dass ich sage, das, was wir da gerade bauen, wird eigentlich alles besser machen. Und so war es auch bisher. Es gab immer die großen Bedenken, aber eigentlich sind unsere Leben und eigentlich ist die Welt immer ein bisschen besser geworden mit der Zeit. So schlecht sind die Menschen nicht. Nichtsdestotrotz muss man, darf man die Gefahren nicht ignorieren oder darf man da nicht blauäugig sein, was mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was da alles kommen kann. Aber da dürfen sich Mark Zuckerberg und Elon Musk streiten. was da passieren wird und ob man das reglementieren muss oder nicht. Also gewisse Regeln für künstliche Intelligenz, denke ich, werden schon wichtig sein, weil das ist einfach massiv, was da auf uns zukommt. Und es geht alles so schnell, dass man irgendwann, wenn man nicht mehr das Gehirn eines 20-Jährigen hat, dass einem das irgendwann auch vielleicht viel zu schnell geht. Aber im Moment sehe ich, dass es die Leute eher gaga macht, was gerade passiert. Absolut, absolut. Also ich glaube, ich sehe auch so in unserer Branche so dann auch den Auftrag zu helfen. Also komplexe technische Systeme schneller zu verstehen, so wie meine Oma ein iPhone oder iPad bedienen kann. Also dass wir auch irgendwie so als Unternehmer so einen gesellschaftlichen Auftrag haben und sagen, okay, wir müssen mit dem Thema Marke wieder eine menschliche Nähe herstellen, selbst wenn man vor einem Gerät, vor einer Maschine sitzt. Genau. Und da sehen wir auch unsere Vision, jetzt mal wieder als Kobi, dass wir Produkte konzipieren, mit denen wir uns einfach jeden Tag gerne umgeben, die uns helfen, mit denen wir gerne auch eine Beziehung aufbauen. Das klingt auch erstmal spooky, aber das muss ja keine Liebesbeziehung sein, aber eine gewisse emotionale Beziehung zu diesen Produkten aufbauen, weil sie uns helfen, weil sie unseren Alltag erleichtern, weil sie uns kennen, weil sie uns unterstützen und weil wir uns dementsprechend, weil wir ihren Charakter mögen. Das ist ja wie ein Menschen, den man mag. Das kann auch mit Produkten passieren, dass man ein Produkt gerne mag und einfach gerne mit diesem Produkt interagiert, weil es mein Leben sogar bereichert. Und das ist das, wo wir so hinsteuern wollen, dass wir diese Produkte ganzheitlich denken. Und wie du sagst, da ist so nur eine Wahnsinns- Technologie darunter in der Regel und unterschiedliche Systeme, die man zusammenstellen muss und das dann in einem Produkt zusammenzufassen, mit dem sich Menschen gerne umgeben, das ist natürlich dann auch etwas, was man gerne macht. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wer findet euch oder wie findet Kobe seine Kunden? Weil ich glaube, die wenigsten geben irgendwie bei Google in den Suchschlitz ein, Marke, Interface Design, vielleicht spezialisierte Abteilungen, wenn es da so einen Officer da gibt im Unternehmen, der dafür zuständig ist. Aber wo waren so eure Touchpoints, eure Quellen, dass die Kunden euch gefunden haben und eure Expertise gesucht haben? Also aktuell ist es tatsächlich immer noch so, wir werten das auch aus, kommt 90 Prozent des Neugeschäfts kommt über Empfehlungen. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, im Agenturbusiness. Parallel arbeiten wir aber da dran, quasi über eine Meinungsführerschaft zu kommen. Also ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, auch als Speaker. Wir arbeiten gerade an der zweiten oder an einem neuen Fachbuch, was nochmal das erste, auf dem ersten aufbaut, weil wir gerade jetzt auch an der, arbeiten mit der Technischen Hochschule in Ingolstadt zusammen, an einer Validierung unserer Methode. Das ist dann im Idealfall so, dass du eine App in einen User-Test reingibst und da purzelt dann hinten raus, dass die Nutzer, wenn sie mit dieser App interagieren, unterbewusst die Markenwerte assoziieren. Also das ist natürlich dann, das wäre der heilige Gral, dann könnten wir tatsächlich unsere Behauptung, die wir aufstellen, pass auf mit unserer Methode, backen wir deine Marke in das digitale Produkt rein, in jeder Interaktion fühlt sich das nach deiner Marke an und wir können es dir sogar beweisen. Also und das über PR zu kommunizieren, dass wir da ganz weit vorne sind, dass wir da über die Zukunft nachdenken, wie wir in Zukunft mit Produkten interagieren, dass du eigentlich nur noch mit markengetriebenen Produkten heute erfolgreich sein kannst, weil nur so kannst du eine emotionale Bindung zwischen Produkt und Nutzer aufbauen und somit auch sicherstellen, dass dieses Produkt genutzt wird. Genau, und über diese Kanäle kommen wir hauptsächlich. Ja, stark. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, wir werden es auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge mit verlinken. Vielleicht kann ich dich im Nachgang nach dem Interview noch überreden, ob wir drei signierte Ausgaben hier verlosen können. Ja, kriegen wir hin. Weil ich finde es einfach, gerade was so Thema Markenführung auch im Unternehmen einfach finde ich super wertvoll und wichtig, dass man sich genau damit auseinandersetzt. Und deswegen passt das ja auch heute gut in den Markenrebell-Podcast. Felix, bevor ich in meine kleine Quick Q&A-Session eintauche mit dir, wo ich dir ganz viele Fragen stelle und du ganz schnell aus dem Bauch aus antwortest, vielleicht noch die eine Frage vorneweg. Gibt es irgend so ein Passion-Project momentan, was du mit deinen Jungs und Mädels vorantreiben möchtest oder schon dabei bist? Ja, das sollte eigentlich, sollte das Passion-Project immer wieder neues sein, aber am Ende ist es jetzt einfach, ist es nach wie vor Kick-Base. Weil wir haben ja gesagt, wir haben jetzt die Agentur und wir bringen jedes Jahr ein neues Produkt raus. Ja, und das funktioniert dann irgendwie. Aber das ist so groß geworden, dass es dann alles, was nicht in Kobe fließt, fließt einfach in Kick-Base rein an Kapazitäten. Und es ist auch einfach ein Produkt, was technologisch geil ist, was über eine Million Downloads hat und was super viel Interaktion im Social Media hat, weil wir da auch Jungs und Mädels haben, die das sehr, sehr gut machen. Und es macht einfach Spaß, diese Community wachsend zu sehen und die ganze Liebe, auch den Hass, den man da bekommt. Aber wie die Leute das feiern und wie sie das einfach cool finden und wie unser Kick-Base-Team auch einfach aus sich heraus diese Marke aufbaut, einfach, die basiert eigentlich nur darauf, wie die Jungs und Mädels sind. Und das ist etwas, was super gut gerade funktioniert. Jetzt würde man das, das wäre im Nachhinein konstruiert, zu sagen, das funktioniert einfach gut im Markt, wie wir das aufgebaut haben und das kommt einfach aus den Leuten heraus. Und das ist, wie du es eingangs ja auch gesagt hast, die Leute wollen sich wieder mit jemandem identifizieren, der echt ist und die Jungs sind einfach echt. Das ist nicht immer alles gerade, was die machen, aber es soll es auch gar nicht sein. Das ist einfach echt und gut, was die machen. Und man sieht ihnen ihre Passion an, in dem, was sie da tun. Deswegen ist das eigentlich, das ist das gerade unser Projekt, wo, wenn wir nicht für die Agentur was machen, alle unsere Liebe reinfließt. Unsere Jungs und Mädels in Kroatien, da machen wir auch mal gerne Pro Bono-Projekte. Jetzt haben wir gerade dem, wie nennt man es auf Deutsch, dem Tierheim dort, haben wir eine App gebastelt, Pro Bono, damit man quasi über die App die Hunde und Katzen und alles Mögliche da adoptieren kann oder sich die aussuchen kann. Also da schauen wir auch, das ist schnell gemacht und wir können das in-house machen. Da versuchen wir auch ein bisschen was zurückzugeben an die Community, die uns ja auch viel gibt. Ja, sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen noch ein Update machen oder eine zweite Folge machen mit dir. Auf jeden Fall zum Thema Marke, aber auch zum Thema KickBase. Gerne, ja. Damit wir da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können, wie ihr das gebaut habt. Das ist auch super spannend. Also gerade was so eigene Projekte angeht, das ist dann noch mal eine ganz andere Leidenschaft, die dahinter ist. Ja, würde ich jetzt nicht offiziell sagen. Natürlich sind wir bei unseren Kunden genauso leidenschaftlich. Aber ja, klar, da hängt wirklich, da hängt so viel Blut, Schweiß und Tränen drin, dass das, also da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, was wir da, also beide Stränge parallel aufzubauen, wie wir da geschwitzt haben. und schon so oft kurz vor Ende waren. Ja, aber das ist ja der klassische Rollercoaster in einem Startup. So muss es ja sein. Felix, mit Blick auf die Uhr, ganz schnell noch die Fragen hinterher. Frage Nummer eins, was ist deine Mission? Einem Satz. Meine Mission, beruflich oder privat? Auch gern beide. beruflich ist meine Mission, eine Umgebung zu bauen, in der meine Mitarbeiter und ich jeden Tag die Möglichkeit haben, etwas Großartiges zu machen. Schön. Und privat? Privat ist es, für meine Familie und mich und alle meine Liebsten meine Zeit so einzuteilen, dass wir viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben. Ja, schön, dass Zeit auch so wichtig ist. Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Ich versuche mit meinen Schwächen und Stärken offen umzugehen. Deswegen glaube ich, eigentlich alles bekannt. Alles, was ich ganz gut kann, alles, was ich auch überhaupt nicht kann, ist, glaube ich, bekannt, ehrlich gesagt. Das finde ich auch wichtig, dass man selber erst mal sich überlegt, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht und das, was man wirklich nicht so gut kann, dass man das abgibt. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Ich glaube, authentisch wäre ganz gut. Endlich mal ein Wort. Viele sagen zwei, drei Wörter. Ich hatte auch einige. Du hast ja gesagt, ein Wort. Ich könnte das auch noch erläutern, aber es ist ganz gut, wenn man es auf ein Wort runterbrechen muss. Ja, genau. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Moment, da gab es einige Momente. Also der erste Moment war, also ich bin sehr, oder ja, ich neige zur Faulheit, wenn ich die Gelegenheit habe und das hat sich in der Schule gezeigt und das hat sich dann auch in der Uni gezeigt. Natürlich bin ich in einem Studiengang gelandet, in einem Projektstudium, wo es jetzt mal überspitzt gesagt gereicht hat, wenn ich am Semesterende einen schlecht zusammengezimmerten Stuhl hingestellt habe. Dafür habe ich dann meine Note bekommen, die dann auch nicht dramatisch war. Also es kam dann aber der Moment, wo es um Auslandsstudium ging und dann, weil ich mir da auch nicht besonders viel Mühe gegeben habe, bin ich im Winter in Wisconsin in Milwaukee gelandet. Das ist ganz im Norden der USA bei den großen Seen und da habe ich mich zurückerinnert, gefühlt, als es jetzt hier mal knapp minus 20 Grad war mit einem eisigen Ostwind, so war es da permanent. Da war ich dann aber an so einer richtig verschulten Uni und musste da acht Stunden am Tag in Kursen sitzen, da auch performende Sachen machen und dann noch Hausaufgaben und hatte da aber auch die Zeit, was zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich mich echt hinsetze und was mache, das tut zwar weh und das macht überhaupt keinen Bock und es fällt mir echt schwer, aber am Ende bin ich mit dem, was da rauskommt, bin ich ja ganz schön stolz drauf. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, auch in der Schule schon mal, wenn ich mich hingesetzt habe und mich darum gekümmert habe, dann war ich auch mit den Ergebnissen zufrieden. Aber da dann in Bezug auf die Profession, die ich gewählt hatte, nämlich Design. Und das hatte dann so eine Kette, die Kette, das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich das gemerkt habe. Dann kam ich zurück an die Uni, habe mir meine eigene Homepage in Flash zusammengebaut, die war ganz witzig und Projekte viel nebenbei gemacht und habe dann, dann ging es dann um Praktika und dann habe ich natürlich einfach so ein One-Liner an IDEO, Frog, an die ganzen Großen geschrieben und an alle möglichen Kleinen und irgendwann hat dann IDEO zurückgeschrieben, hey, das fand man ganz gut, was du dann gemacht hast, sagen wir, willst du nicht ein Praktikum in Boston machen? Und das ist dann, das ist dann natürlich Jackpot auch im Lebenslauf und dann habe ich das Praktikum gemacht bei IDEO, dann war ich mit dem Studium fertig, dann habe ich nach einem Job geschaut, hatte ein Vorstellungsgespräch hier in München bei jemandem, wo mein Professor mich empfohlen hat, die brauchten aber genau jemanden, der ein gutes formales Verständnis hat, das haben die mir dann auch relativ klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht habe, mit denen war ich auch einverstanden, dann habe ich aber geguckt, jetzt bin ich mal in München, ich hatte doch hier auch zu ein paar anderen noch geschrieben, hier Design Affairs, da angerufen, also hey, ich bin gerade in der Stadt, ich hatte mich mal beworben bei euch, wenn es passt irgendwie, dann komme ich schnell vorbei. Haben die mich zurückgerufen, haben gesagt, ja, das passt, zeig nachher, was du so gemacht hast, ah, du warst bei IDEO, wir bauen jetzt hier so ein Design Affairs Studio, nannte sich das, so ein Konstrukt auf, wo jeden Monat zu einem Thema einfach ein Konzept rausgefeuert werden soll und das, das könntest du doch machen. Und so kam ich zu Design Affairs und somit war ich der, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich mal aus seinem, aus seiner Comfort Zone raus zu begeben, ich meine, mit Anfang 20 in die USA gehen, da ein Auslandsstudium ist schon, ist ja, ist heutzutage schon fast gang und gäbe, einfach mal raus zu gehen, aber das kann ich nur jedem empfehlen, mal aus allem, was man kennt, jetzt ist die USA gar nicht so weit weg kulturell, in manchen Dingen schon, aber einfach mal rauszugehen und die Perspektive zu wechseln, wie werden wir denn gesehen von außen, wie werde ich von außen gesehen, was gibt es da noch so für andere Arten, und so zu denken, also das Rauskommen war für mich ganz wichtig und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen. Ja, schönes Learning, schönes Learning. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können, Felix? Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, also wieder persönlich ist das eine sehr personenbezogene Sache, wie gesagt, ich komme mit, ich fühle mich am besten, bin am glücklichsten, wenn ich meine Routinen habe, das ist aber sicherlich eine Typfrage, jetzt auf professionellem Level, ist das Wichtigste, was ich finde, um gute Arbeit zu machen, um Leute für etwas zu begeistern, was man sich nicht verstellen sollte, also eines, einer unserer Werte oder einer unserer kulturellen Werte ist, sei keine Plastikblume, also gebe nicht vor, irgendwas, gebe nicht vor, etwas zu sein, was du nicht bist, sondern stehe zu deinen Schwächen, deswegen ist mir diese Authentizität, auch wenn es ein blödes Passwort ist, ist mir da ganz wichtig, die Echtheit, auch mit all seinen Fehlern und man muss nicht, wenn man in der Position des Bosses ist, muss man keinen Boss spielen, du kannst trotzdem noch ein ganz normaler Mensch sein und den Leuten sagen, wenn sie Scheiße gebaut haben, ihnen das sagen, wenn sie was geil gemacht haben, ihnen das genauso sagen und einfach als ein ganz normaler, echter Mensch, der manche Dinge sehr gut kann, manche Dinge gar nicht so gut kann, aber Bock hat, vorne wegzugehen und das Ganze zu formen, da einfach eben nicht als Plastikblume, sondern als echter Mensch vorne wegzugehen. Das finde ich ganz wichtig und das habe ich auch in meiner Vergangenheit gelernt, dass einfach, man folgt gerne Charakteren und nicht irgendwelchen glattgeleckten oder an TV-Charakteren orientierten Persönlichkeiten. Ja, dass alles noch irgendwie auch Kanten hat, wie in der Natur. Wie in der Natur, wie es jeder Mensch eben auch hat. Das ist ja auch in Ordnung und jeder deiner Mitarbeiter hat genauso Kanten und Schwächen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Thema Internet-Ressourcen. Hast du so drei Internet-Ressourcen oder Tools, die ihr vielleicht intern einsetzt, um eure Projekte zu managen oder kreativ zu sein oder auch Mobile-Apps, die ihr einsetzt? Ja, also mein ausgelagertes Gehirn, ich war begeisterter Wunderlist-User, dann haben sie es verkauft, dann war es nicht mehr, es war jetzt nicht schlechter, aber man hat das schon gemerkt, aber dann zu einer ähnlichen Zeit ist Meister-Task aufgekommen. Ja, sehr schönes Tool. Also, ich kann nicht mehr ohne, es ist eine To-Do-List gemischt mit einem Kanban-Board und ich nutze das so, dass ich eine Heute-Leiste habe, eine Diese-Woche-Leiste und eine Diesen-Monat-Leiste und einen Backlog und ich schiebe mir dann immer meine Tasks, weil eigentlich soll man ja nicht mehr als drei große Tasks am Tag haben, organisieren wir meine Tasks chronologisch und schiebe mir dann die entweder in den Tag rein oder in ein Feedback-Loopboard oder wie auch immer. Also Meister-Task ist für mich das Tool, mit dem ich mein ganzes Leben und meine ganze Arbeit tatsächlich organisiere. Dann Evernote natürlich als externe Festplatte meines Gehirns, um schnell Sachen aufzuschreiben, zu organisieren, alle guten Artikel, alle guten Talks, die ich gesehen habe, da abzulegen, also als Bibliothek und schnelle Nodes, dafür ist es einfach super gut geeignet. Und als drittes, Talks auf TED.com. Also ich meine, die suchen schon die weltweit besten Speaker mit den besten Geschichten raus und da findest du eigentlich zu jeder Lebenslage, sei es privat oder geschäftlich, findest du einen inspirierenden Vortrag. Da sind echt immer super Sachen dabei. Schön. Verlinken wir in den Shownotes natürlich auch. Gibt es noch dieses eine Buch, was für dich einen besonders großen Mehrwert hat in deinem Leben? Ja, das habe ich vor kurzem, wie gesagt, gelesen, das ist der Search Inside Yourself, weil es, der heißt Jade Meng Tan oder sowas. Auf jeden Fall, wenn man das googelt und der war Google-Entwickler, einer der ersten Google-Entwickler. und der, also wenn man das eh, wenn man es probiert, Meditation und so weiter, Achtsamkeit, dann merkt man, dann merkt man relativ schnell den Impact, den das hat. Und der beschreibt eben auch nochmal einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den positiven Auswirkungen dieser Praktiken zugrunde liegen und was auch das für ein, für dein Mindset bedeutet, für dein Leben bedeutet und dass es dich einfach viel zufriedener macht und deswegen hat es schon einen großen Impact gehabt. Dann kann man noch ergänzend dazu, wenn man das lieber als Roman mag, gibt es noch den Pfad des friedvollen Kriegers, das ist ein schöner Roman, der auch beschreibt, da geht es um einen Turner und seinen Mentor, der so ein komischer Typ an der Tankstelle ist, der da immer, der scheinbar Zauberkräfte hat, aber am Ende geht es da auch um Achtsamkeit und um seine Emotionen zu verstehen und das in eine schöne Geschichte gekleidet, das ist eigentlich ein super schönes Buch. Ja, super cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen können wir hier einladen? Von wem können wir noch was lernen? Das ist vorhin schon gesagt, Kickface ist auch eine super interessante Story, dann mein Kollege Anatol, der kümmert sich um Kickface, der wäre sicherlich auch ein spannender Interviewgast. Dann den Bernhard Karlhammer, der hat auch selbst einen Podcast, We Hustle Radio, der hat Kino Held gegründet und verkauft und ist jetzt, kümmert sich ganz viel um Marketingthemen, Performance Marketing, Social Media Marketing, wie kriege ich, wie kriege ich meine Geschichte erzählt? Der hilft uns auch bei Kobi ganz viel und ist ein super interessanter Typ, ist jetzt gerade, der lebt den Traum der digitalen Bohème, ist jetzt gerade vier Wochen mit seiner Family, arbeitet er von Kapstadt aus und surft da jeden Tag. Der macht auch sein Morgenritual, ein ganz ähnliches, von dem habe ich da auch viel lernen können. Und er ist auch sicherlich ein guter Interviewpartner. Und als drittes, also wenn du dran kommst, Tony Robbins ist ja, also ist eine Riesennummer in den USA, ist auch sehr, sehr amerikanisch, aber ist so ein Motivationscoach und hält da riesen Seminare ab mit 4000 Leuten, ist alles super teuer, hat aber auch ein paar ganz gute Bücher geschrieben zum Thema wie motiviere ich mich Mindset, Framing und so weiter. Wenn du an den rankommst, dann würde ich gerne dazukommen. Ich frage ihn einfach, ich bin im April in London, frage ihn einfach. Sehr cool. Felix, hat mir total viel Spaß gemacht, ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist. Oh, okay. Die schwierigste Anfrage. Das ist ja immer, ist ja auch immer eine Momentaufnahme, aber dann würde ich nochmal, nochmal den Loop schließen mit Search Inside Yourself. Ich glaube, was wichtig ist für ein glückliches, erfülltes Leben, ist, dass man erstmal in sich selbst reinschaut, erstmal versucht zu verstehen, wer bin ich überhaupt, wo kommen diese Emotionen her, was treibt mich an, was sind meine Werte, was möchte ich eigentlich erreichen, will ich wirklich jeden Tag nur die ganze Zeit fernsehen, weil nur wenn du dich selbst verstehst, mit dir im Reinen bist, kannst du glücklich und erfüllt sein, auch Gutes tun, anderen auch wieder was geben, was wiederum dir wieder etwas zurückgibt und ich kann nur empfehlen, zu versuchen, sich aus diesem Information Overload auszuklinken, aus diesem permanenten Energy Suckern, aus den ganzen Kanälen, die permanent deine Aufmerksamkeit wollen, die genau wissen, wie sie deine Aufmerksamkeit bekommen und behalten mit Methoden, die gar nicht so cool sind, bei vielen Social Media Kanälen und wirklich versuchen, wieder im Moment zu sein, es klingt immer so ein bisschen esoterisch und cheesy, aber da ist viel Wahres dran, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, was vergangen ist, ist einfach, ist gerade nicht und was in Zukunft kommt, ist auch gerade nicht, es gibt nur diesen Moment jetzt und nur dieser Moment generiert nachher eine Erinnerung und ich glaube, das ist das, was uns am Ende bleibt, da helfen auch fünf Ferraris nicht, was am Ende bleibt, sind die Erinnerungen an die schönen Momente, die du in deinem Leben hattest und die hast du in der Regel mit anderen Menschen zusammen und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach an dem Moment auch versucht zu leben, das ist aber gar nicht so schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, das ist mein Tipp. Und den lassen wir genauso stehen. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mir total viel Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall noch ein Update machen. Sehr gerne, würde mich freuen. Ja, bis bald. Ich danke dir.